Für mich geht es jetzt auch gleich heim. Wir waren über das Wochenende bei Freunden im Haus in Kitzbühel. Es war richtig schön, Berge zu sehen. Und jetzt wird gefrühstückt. Und dann geht es gleich los. Leute, nach meinem letzten Mr. Specs Code habe ich mir mal euer Feedback ein bisschen zu Herzen genommen. Ein paar haben mir nämlich geschrieben, dass ich mir mal eine kleinere Brille nochmal auswählen sollte. Und das habe ich gemacht. Ich habe sowieso einen sehr, sehr, sehr schmalen und kleinen Kopf. Für mich ist es sehr schwer, Sonnenbrillen und auch so normale Brillen zu finden. Aber die hier ist ja mal perfekt. Also von der bin ich richtig begeistert. Die ist von Ralf Loreen. Finde ich super schön. Was meint ihr? Die, die ich hier habe, sind übrigens Blaulichtfilterbrillen. Die nutze ich super gerne, wenn ich viel am PC bin oder auch so abends, wenn die Straße nass ist und das so spiegelt. Das wirkt alles so ein bisschen in den Spiegel und finde ich total angenehm. Und abgesehen von der hier habe ich noch eine anprobiert. Man kann es ja auf der Seite von Mr. Specs so ein bisschen virtuell anprobieren. Und ich finde, es sieht wirklich fast genauso aus wie in echt. Und die hier fand ich noch ganz cool, weil die auch sehr schmal ist und ein bisschen feiner als die andere. Ich habe euch aber beide verlinkt, wie gesagt, oder wie geschrieben. Aber ich finde die andere sogar noch geiler. Also ich bin echt begeistert. Aber selbstverständlich bekommt ihr noch einen Code und zwar diesen hier. Der könnt ihr shoppen. Und genau, schickt mir gerne mal Bilder, falls ihr welche bestellt habt. Oder vor allem, falls ihr auch eine von den beiden hier bestellt habt. Es würde mich mal interessieren, wie die bei euch aussehen. Vielen Dank. Aufgeregt, so aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Ja. 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 Ja.